Hi Leute, heute gibt es eine Buchbesprechung zu Wenn der Sommer stirbt von C.L. Wilson. Vorab, das ist der zweite Teil von einer Reihe, also wenn ihr den ersten Band, Der Winter erwacht, noch nicht gelesen habt, dieses schicke Teil hier, dann solltet ihr auf jeden Fall bei der Buchbesprechung hier zuerst vorbeischauen oder falls ihr gar nicht mehr wisst, was hier überhaupt passiert ist, guckt euch das gerne vorher an. Der Link ist wie immer in der Infobox, aber heute widmen wir uns dann um den Nachfolger und wenn ihr Lust habt und wissen wollt, worum es geht, natürlich erstmal wieder spoilerfrei, so nahtlos, wie es halt da aufgehört hat in dem vorherigen Band, dann gibt es halt eine kurze Buchbesprechung und am Ende wird es wieder ein bisschen detailliert, ob meine Vermutungen, die ich in dem Video davor tatsächlich so passiert sind, das wollen wir uns doch einfach mal jetzt anschauen. Ja, hier geht es jetzt mit Cem und ihrem König Winter weiter. Wir sind ja jetzt so, ich glaube, wir haben in dem anderen Band ja so weit aufgehört, dass die beiden eine Stadt besucht haben, so kleines Dörfchen und Cem blutet ganz heftig. Also sie ist zusammengebrochen im Schnee und hat sehr viel Blut verloren und keiner weiß, warum und was da jetzt passiert ist und ob sie es überlebt hat. Das war voll der fiese Cliffhanger, ey. Aber hier in dem Buch geht es nun mal jetzt weiter und wir erfahren, was da mit Cem passiert ist und wieso das Ganze überhaupt so ausgeartet ist. Und ansonsten gibt es ja auch noch andere Sachen, die natürlich weitergeführt werden, nämlich zum Beispiel, wie sieht es mit dem Eisherz aus, das Winter hat? Es brattet sich ja in dem ersten Band schon immer weiter aus, sein Herz wird immer eisiger, er hat immer weniger Emotionen. Wird er das überleben? Wird der Winterkönig, dieser, ich habe vergessen, wie er heißt, Rohrjack oder so, wird er zurückkehren? Oder schaffen die das irgendwie, dass sein Herz doch wieder Emotionen bekommt? Entweder weil vielleicht Cem das Ganze auslöst oder weil sie ein Kind erwartet? Wer weiß es schon, das werden wir alles in diesem Buch erfahren. Außerdem erfahren wir auch, wie es mit Reikas Eifersüchtelein weitergeht. Ja, und natürlich, wie es bei Cem so aussieht, ne? Wird sie noch ein Kind gebären? Wird sie am Ende des Jahres doch der Gnade der Berge ausgesetzt? Wird der Frieden zwischen den beiden Ländern bleiben? Oder entsteht ein neuer Krieg? Und vor allem die wichtigste Frage, taucht der Bruder nochmal auf oder nicht? Ich finde, in so Folgebänden kann man immer ziemlich schwer den Inhalt nochmal wiedergeben, ohne dass man viel spoilert, weil im Endeffekt ist ja der Inhalt fast der gleiche wie im ersten Teil. Also die Ausgangssituation, ihr wisst genau, wie der Schreibstil ist, dass das immer aus der Sicht von Cem und Mal aus der Sicht von Winter ist. Mittlerweile habe ich den Schreibstil erklärt und ihr wisst auch, in welcher Welt wir uns befinden. Deswegen muss ich das ja nicht alles nochmal erzählen. Deswegen sind so Folgebände immer ein bisschen schwierig. Aber ich möchte euch auf jeden Fall erzählen, dass mir dieses Buch genauso gut gefallen hat wie der erste Teil. Ich habe dem Ganzen wieder 5 von 5 Sternen gegeben. Allerdings muss ich diesmal sagen, gab es einen kleinen Abzug in der B-Note für meine Verhältnisse. Denn ich fand, das Ende kam mir einfach viel zu schnell. Also es war jetzt nicht, dass ich finde, dass sich alles so gezogen hat und am Ende war plötzlich Boom Ende, sondern es war ja schon spannend. Das hat sich nichts gezogen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, das Ende war mir ein bisschen zu gerafft. Das war so der einzige Minuspunkt, wo ich so dachte, ja gut, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber ich fand, das war jetzt nicht so schwerwiegend, dass ich da direkt einen ganzen Punkt für abziehen muss. Denn ich war trotzdem genau so gebannt von diesem Buch und wollte wissen, wie es weitergeht, wie es eben auch in Teil 1 war. Ich mochte die Charaktere weiterhin. Es hat sich keiner plötzlich seltsam verhalten oder gegen seine Natur, sondern es war genauso, wie man es sich vorgestellt hat, was man erwartet hat. Und ich war auch mit dem Verlauf des Ganzen ziemlich zufrieden. Deswegen, ja, 5 von 5 Sternen. Das Einzige, was jetzt hier nicht mehr so viel war, fand ich, waren halt Erotik-Szenen. Ich fand, im ersten Band gab es da definitiv viel, 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 viel mehr. Also wenn man jetzt hier denkt, man kann da einfach, wenn man da so seinen Fixpunkt drauf gelegt hat und denkt, das geht hier so weiter, da könnte man vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber, mein Gott, für mich ist es halt immer kein 1 in erster Linie ein Erotik-Buch, sondern einfach ein Fantasy-Buch. Deswegen fand ich das nicht schlimm. Ich fand es trotzdem ziemlich, ziemlich cool. Ja, und ich würde sagen, das reicht auch eigentlich schon. Mehr muss ich jetzt hier nicht spoilerfrei erzählen. Denn stattdessen gehen wir doch einfach mal in die Details und gucken wir mal, ob meine Vermutungen dann eingetroffen sind oder nicht. Okay, zuallerallererst, ich war ja erst ein bisschen enttäuscht, als sich herausgestellt hat, dass sie wohl geblutet hat, weil die Tavernenfrau ihr irgendwie Jungfernröte ins Essen oder ins Trinken gemischt hat. Da habe ich mir so gedacht, boah, ernsthaft? Das klingt ja irgendwie voll komisch. Ich hätte mich jetzt viel mehr gefreut, wenn Reika sie vergiftet hätte und sie eine Fehlgeburt gehabt hätte. Das klingt voll fies, aber das war also meine Vermutung. Und als dann später rauskam, dass sie tatsächlich eine Fehlgeburt hatte, dachte ich mir so, wow, das hat aber jetzt lange gedauert, bis das rauskam. Dann hätte ich nie erwartet, dass die Zofe ihr die ganze Zeit irgendwas da reinpackt in den Tee. Also wie gesagt, dass irgendwas im Tee war, habe ich mir ja schon gedacht, weil ich ja gesagt habe, der Tee, der ist immer so bitter und sie sagt das auch ständig, der wird doch bestimmt irgendwas im Tee sein. Aber was es so für ist, dass sie so von ihrem König und selbst aus ihrem eigenen Willen eben wollte, dass sie keine Kinder kriegt, fand ich schon heftig. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie gesagt, ich habe ja echt im Inneren einfach gehofft, dass Reika das irgendwie gemacht hat. Ja, war dann halt die Zofe, aber wenigstens die Tendenz mit der Fehlgeburt war richtig. Ich fand es cool, dass Tildy wieder zurückkam, dass sie da so ein bisschen Spannung auch wieder reingebracht hat. Erst, dass sie den Fluchtversuch gewagt hat, also beziehungsweise sie wollte ja eigentlich, dass sie flüchtet und dass sie halt trotzdem aber auch irgendwo auf der guten Seite stand. Das hat mir halt auch sehr gut gefallen. Das hat dem Ganzen nochmal ein bisschen so einen Kick gegeben und sie war halt nicht nur einfach irgendeine Person aus dem ersten Teil, weil sie ja schon eine sehr wichtige Person für Cem war. Hätte ich das schade gefunden, wenn man sie halt dann den Rest des Buches irgendwie noch vernachlässigt hätte. Ich fand die Kampfszenen gegen Ende sehr cool. Klar hat es mich natürlich irgendwie gestört, so innerlich ein bisschen, dass man so denkt so, ach, jetzt denkt der Winterkönig, dass sie ihn hintergangen hat, nur weil sie an der Spitze reitet und warum lässt er sich von der Trullen da so betuppeln? Aber okay, das war so, ne, war okay. Ich fand es aber, fand ich hier interessant den, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Die waren doch, das waren doch Bürger aus so einem Dorf und dann so Inselbewohner. Und der Prinz von diesen Inselbewohnern, der war ja irgendwie ziemlich cool drauf. Hier dieses Völkchen, was hat die Frauen so verehrt und so weiter. Die fand ich ziemlich lustig. Also das fand ich ziemlich cool, dass da nochmal so was Neues auch mit reinkam gegen Ende. Ja, Reika, ne, der blöde Vibe. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie auch von dieser Essenz trinkt, dass sie halt auch so ein Eisherz bekommt. Aber die Alte ging mir einfach nur so auf den Sack. Ich wollte, dass die einfach mal irgendeiner, weiß ich nicht, dass der andere den Kopf abschlägt oder so. Bin ich zumindest froh, dass es für sie nachher dann nicht mehr so gut ausgesehen hat. Und natürlich mein Seelenheil ist gekommen, denn der Bruder kam wieder. Alles andere hätte ich auch ziemlich mega merkwürdig gefunden. Auch wenn ich den ein bisschen blöde fand. Weil ich einfach blöd fand, wie er sich entwickelt hat. Wie sein Charakterzug ist. Sodass sie ihn ja die ganze Zeit nur angehimmelt hat. Und jetzt kommt halt raus, was für ein Arschgesicht das ist. Dass er sie irgendwie töten wollte. Aber irgendwie will er doch nicht. Aber trotzdem ist das so ein Arschgesicht. Boah, ich mochte den überhaupt nicht, ne. Zum Glück hatte der ja jetzt nicht so eine lange Rolle da hinten. Und er hat halt Glück, dass er jetzt irgendwie quasi ins Exil darf. Natürlich schön kam er, ne. Dass der Vater aufgetaucht ist. Der sagt, ey, dass der auch da endlich einen reingekriegt hat. Ich glaube, dem habe ich es am meisten gewünscht. Aber okay, ich bin da so ein bisschen sadistisch manchmal. Soll er ruhig. Soll er einfach. Und ich mochte auch sehr die Beziehung zwischen dem Kleen Christy und Cem. Also ich fand, das war wieder so was Süßes. Weil man sich so den klar hat, sie findet sonst nirgendwo Anhang. Dass sie dann mit einem kleinen Jungen dann so viel Zeit verbringt. Aber die beiden haben sich ja echt gut verstanden. Deswegen. Und das war echt ein Kämpferherz. Also der Kleene, was der alles geleistet hat. Das war schon Wahnsinn. Deswegen mein kleines... Mein Herz ging auch noch an den kleinen Christy. Ja, aber das war jetzt auch alles zu diesem Buch, was ich noch zu sagen habe. Wie gesagt, wenn ihr das Buch auch schon gelesen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wie ihr es so gefunden habt, was euch vielleicht daran gestört hat. Oder was euch besonders gut gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und hab bis dann noch eine schöne Zeit. Ciao. 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 . Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020